Hi liebe Gründer, hi liebe Startup-Community in Leipzig und ein ganz herzliches Willkommen an alle Teilnehmer der Startup-Safari 2020. Wir als Commerzbank freuen uns sehr, zum wiederholten Male bei dieser nunmehr sechsten Auflage des größten regionalen Netzwerkevents für Gründer in Mitte-Deutschland dabei sein zu können. Wir hätten euch sehr gern bei uns in den Räumlichkeiten unserer Flagship-Fiale am Thomas-Kirchhof persönlich begrüßt. Aber dank Corona ist dies ja alles anders. Umso mehr freut es mich, dass die Startup-Safari diesmal komplett digital stattfinden wird. Also freut euch auf tolle Formate, freut euch auf tolle Sessions, freut euch auf unsere Sessions, die wir zusammen mit unserem Partner Lex Rocket abhalten werden zu einem oftmals leidigen, gleichwohl aber notwendigen Thema für alle Unternehmer bzw. die, die es auch gern werden wollen, also sprich Gründer. Nämlich das Thema Buchhaltung. In unserer Session wird es darum gehen, wie kann ich das Ganze dank moderner Technik, sprich Digitalisierung und Automatisierung, möglichst effizient und unkompliziert darstellen. Also freut euch auf einen Bericht aus der Praxis für die Praxis. Wir freuen uns auf die Startup-Safari mit euch. Seid dabei, meldet euch an und vor allem werdet ihr natürlich auch Gelegenheit noch finden, auch eure Fragen rund um Gründung und wie eine Bank dabei unterstützen kann, Intercession bei Session persönlich zu stellen. Von daher freuen wir uns auf euch und wir freuen uns auch, euch bald wieder Pessewindig bei uns in der Commerzbank begrüßen zu dürfen.